recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist es reiter und wir sind in folge 193 von aborion ja wir sind an der forschungsstation wir wollen da gucken dass wir das fertig kriegen ich mir das letzte mal was aufgefallen das würde ich mal gleich testen ob das geht das machen wir gleich nach dem intro bis gleich so dann wollen wir mal gucken sind wir schon dockfähig weiß ich nicht dann forschen wir mal und dann packen wir mal nach seltenheit sortieren da das da rein das da rein und das da rein und jetzt ist das hier frei und stillerer reparatur leser keine zwei streifen da drauf ja schild reparatur reichweite schadens typ energie das war jetzt nicht so der bringer oder hier geht nix so das heißt wir haben das auch probiert hat nicht weiter geholfen das bedeutet wir müssen jetzt wieder ausrufsdruck docks aussuchen auf suchen wir haben sogar eins in diesem sektor das bedeutet einmal dahin fliegen schauen wo es ist da unten irgendwo einmal dahin einmal sachen kaufen oder so dann müssen wir gleich interagieren bekommen sie doch tatsächlich schon so schnell ab und jetzt sollte mal langsam kommen das war gedockt sind so ausrüstung handeln schutzkontrollsystem gekauft noch eins gekauft noch eins noch eins und hier können wir noch waffen kaufen ja irgendwie weiß ich jetzt auch nicht wir können jetzt hier erstmal ordentlich einkaufen blaue gibt es jetzt nicht mehr doch hier ist noch einer da ist auch noch einer dann sind die ausverkauft sieben minuten dauert das ganze bis die dann wieder handlungsfähig sind so und das bedeutet jetzt wieder forschungsstation dahin aber da kommen wir jetzt noch nicht so weit na denke ich mal oder wir schmeißen einfach alles was wir haben mal rein und gucken wir weiter hoch kommen oder ich glaube wir haben nicht mehr so viel so ich glaube wir crashen da gerade rein okay ist nichts passiert glaube da konnten wir mit leben okay das heißt forschungsstation auswählen forschen ja bloß mal geschützturm reinschmeißen reingeschmissen forschen reinschmeißen 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 drei kopfige hüter packen wir noch dabei und hoffen dass was grünes rauskommt tut es auch sehr gut holz kanone der stinger forschen was blaues rausgekommen dreifach point defense nobel doppel gravitation holz geschützturm forschen ein gelber rausgekommen der den will ich da nicht rein schmeißen den einfach da rein noch ein gelber dazu gekommen super duof luck und forschen noch ein gelber super doppel dreifach geschützturm tesla kanone antipuls geschützturm forschen jetzt wird schon knapper ne power laser plasma minigun wenn er will ich nicht komm rein damit transporter software und hier haben wir noch ein handelssystem rein damit egal er kann auch weg der auch und baumverstärker und vierköpfige hydra obwohl die na komm weg damit haben wir auch eine fünfköpfige da gekriegt so das sind noch mal fünf ne aber da sind zwei erberg bauer ne das will ich dann nicht tun so jetzt wird es schwieriger aufbereitender bunder die romantisierer ja das sind schon ziemlich gute waffen die wir da jetzt rein schmeißen aber zurzeit sehe ich gerade so ich brauche den einen der ist wichtig und dann aber immer noch nicht legendär ne ja das wird schwierig doppel stinger langzeit kanone die drei fachflag freistoß raketen verteidigungsgläser drei stanz einfach defense tun was da alle gibt plasmageschützturm spektronanalyzer distanz vierfach wolter zack echos vierfach shooter doppelflag geschützturm doppel aufbreitende bergbauer warum auch nicht das mal schön position doppel das dann stu flack eko repartur leser die du meine kann top 3 fach mini gun schuss premium doppel maschine schützen doppel points defense ja noch so einer doppel gravitations geschützturm die dann doppel die fans das dann doppel forschen er bergbauer wollte ich jetzt nicht da rein stecken einfach mini gun einfach mini gun doppel bergbauer das war auch einer naja distanz verteidigungs laser und das schuss dass man die erst dass noch mehr holter geschützturm mit du point defense top 3 fach point defense positions maschinengeschützturm mobiler oder nicht rein den detektor machen wir auch da rein transporter software handelssystem zweimal was kommt da raus ein schickes handelssystem gegen wir haben da geschützer radar verstärker werkbausystem aber das will ich nicht nehmen erstmal werkbausystem traktor stahl abgeht noch eins und raumverstärker noch ein noch ein noch ein und die fünfküpfige höhler die sind mir dann schon ein bisschen wertvoller so haben wir generator booster ziviles geschützt kontrolsystem werden wir noch geschütze da erstmal drauf einer geht noch zack so und jetzt geht es hier weiter 128 8,2 dps forschen den da rein 40,4 33 traktor stahl upgrade auch da rein und dann stellt man da auch da rein so jetzt mal drei davon so jetzt müssen wir gucken was dabei rum kommt reparatur laser der hat mir jetzt auch wieder nichts gebracht ja ich kann ab drei machen aber ob das das richtige ist weiß ich nicht es tier reparatur laser ist ein total schlechtes ding ne ich habe keinen blassen schimmer aber irgendwie wird es wohl dauern bis ich da was rauskriege was brauchbar ist wenn oder wie weit sind wir hier ausrüstung handeln oder gab es was neues schon liegen wir da noch mal hin irgendwie will er nicht schneller fliegen jetzt macht das glaube oder da oben ist ja noch eine waffenfabrik vielleicht kriegen wir da auch noch was gekauft muss ich mal gucken so ist gedockt ausrüstung handeln den kaufen wir zweimal den können wir auch kaufen kaufen war kaufen war kaufen war das bringt uns nichts das können wir da nicht reinstecken auch gar nichts von dem zeug denke ich mal gut haben wir das jetzt jetzt müssen wir gerade mal gucken dass wir die werft finden die die waffenfabrik finden die ist da einmal interagieren können kann natürlich auch vorher mal reingucken ne ne da tun wir geschützturm bauen das wollen wir ja nicht machen ne dann kann ich ja nichts kaufen was mir weiter bringt glaube und die bauen standard dreifach dann brauche ich dieses ganz viele material was ich hier dann zusammen ein lösen muss das will ich jetzt aber auch nicht machen gut okay ich denke wir sind jetzt erstmal so an dem punkt wo ich jetzt sage ich weiß nicht wie es weiter geht muss ich da so viel rein pumpen in die Forschungsstation der thomas stelle der weiß das der hat das auch schon ein bisschen so angedeutet wir werden wohl ohne ende jetzt ausrüstungsstationen anfällt anlaufen müssen um dann da sachen raus zu kriegen also bleibt uns wohl nichts anderes über dann würde ich sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein award macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke und kriegt ihr mit welches nächste video hochladet gerne kommentare schreiben und auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao ciao